Hallo Minecraft-Freunde, weiter geht's mit dem Project... Das war jetzt nicht fair, gar nicht fair. Wieso nicht? Jetzt wollte ich mal schneller sein und dann haut das so raus. Okay, wir machen hier weiter, wie gesagt, Jama hat diese Woche nicht dabei, so leid es mir tut. Okay, was brauche ich jetzt? Achso, eine Säge wollte ich machen, eine Säge. Ich hoffe, ich kann die abspeichern, das wäre richtig nice. So, das war glaube ich so. Kann ich damit dann irgendwas machen? Oder brauche ich wirklich diese Vibrationskammer? Warte mal, gucken wir erstmal. Da kommt mehr raus. Die hat EMC, das ist nochmal richtig perfekt, dann habe ich die hier alle umsonst gemacht. Das ist online, es funktioniert soweit. Mythos, das ist schön. So, äh, was? Das ist schön. Was ist schön? Dass das hier soweit funktioniert, wie ich das gedacht hätte oder gehofft habe. Ja, dann freu dich doch, ein Keks. Mach ich doch. So, jetzt, äh, ich komme aber gleich mal gucken. So, das machen wir erstmal so bereit. Äh, bitte keinen Magneten anmachen. Äh, Magneten? Bitte keinen Magneten anmachen. So, ich habe keinen Magneten, aber wo bist du denn? Gut. Äh, ich bin bei der Basis. Bei der Basis? Welcher Basis? Bei unserer Hauptbasis. Ach so, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich habe gedacht, du wärst hier beim Portal. Kann das Ding nicht einspeichern? So, äh, ich wollte, ich wollte, genau, ähm, machen wir das auch. Eimer. Oh, ich habe sie dann direkt im Wassereimer eingespeichert. Nein? Ach, jetzt hat sich ja alles das falsche Fenster geöffnet. Äh, genau, machen wir das als Zaun, wenn das geht? Ja, kommst du da hin? Ich probiere es auf jeden Fall mal. Obwohl... Wollte ja jetzt auch schneller gehen mit dem Verstärker. Warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, sieht der vielleicht besser aus? Ich glaube, der sieht besser aus. Dann machen wir den. Dann machen wir den. Ich mache das andere Zeug weg, genau. Den machen wir. Den, den und den. Wie macht man den? Dann brauche ich von den gedruckten... Gut. Ich mache mal die hier alle weg, dass wir das mal... ...dass wir wieder Platz in der Truhe haben. Den und den dahin. Du hast wieder Energie, äh, EMC. Das ist schön. Das da wollen wir. Machen wir dieses auch mal weg. Konstruktionsding. Marmor. Hauen wir uns noch so einen Stack da raus. Oder vielleicht zwei. Ich denke, wir werden da mehr brauchen. Oh, warte mal, da ist noch einer, den muss ich noch weg haben. So. Dann brauche ich... Moment. Das war, glaube ich, so. Und so. Oder? So. Ah. Habe ich jetzt euch. Das heißt, euch brauche ich nicht mehr. Dann. Sehr gut. So, dann. Was brauche ich denn jetzt als nächstes hier? Nein, nicht so. So. Genau. Luix und Zertus. Dann machen wir diesen noch. Äh, nein, nicht so. So, genau. Luix und Quarz. So sollten wir auf jeden Fall einige Zäune zusammenkriegen. Äh, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ähm. Ja. Das heißt, äh. Warum kann ich denn das nicht direkt einschreisen? Gut. Oh mein Quarz. Weil ich da nicht drin bin, ich Depp. So. Genau. Das ist immer wieder schön. Dann haben wir schon mal 32 Zäune. Moment, das lege ich mal hoch. Die Zäune, ne. Und ich. Ach, ne, ja, mehr. 64. Okay. Okay. Gut. Stimmt, das hatte sich ja immer verdoppelt. So. Und so. Nee. So. Ja. Ihr habt eben sie. Das ist toll. Und so rum. Ähm. Wie wart ihr jetzt noch mal? Einfach rüber. Genau. So. Halt. Ihr müsst noch eine. Die Dinger hier. Datus Flux. Ach ja. Genau. Wo? Und die hier. So. Machen wir bis ran. Genau. Und hier machen wir das auch. Genau. Machen wir das schon mal wieder. Perfekt. Hey. Jetzt kriegen wir noch einen schönen Zaunien. Das finde ich mal richtig geil. Du bist bei. 23% immerhin schon. Äh. Was? Du bist fertig. Kleiner Flux Kristall. Er ist fertig. Nein. Ich bin auch nicht fertig. Doch. Er ist fertig. Aber ich nicht. Ja. Das interessiert mich ja nicht, was du bist. Das war mir so klar. Ja. Du kannst mich nicht leiden. Ich wusste es immer. Ach. Komm mit aus. So. Wenn ich mach das mal so. Dann ist das so ein bisschen. Ne? Controller. So. Vielleicht mach ich unten noch so Half-Steps hin. Das geht mir vielleicht auch gar nicht so schlecht. Äh. Gut. Den haben wir so. Dann bin ich jetzt mal überlegen. Überlegen. Den könnten wir eigentlich weiter. Da geht ja sowieso keine Sau dran lang. Hab ich Himmels-Steinblock? Dann mach ich nochmal ein paar. Ja. Dann mach ich nochmal ein paar. Gut. Erstmal brauch ich... Hast du zufällig Himmels-Steinblock eingedingst? Äh. Was brauch ich? Himmels-Steinblock. Himmels-Steinblock. Äh. Ich glaube nicht... Ich glaube nicht... Erstmal suche ich mal eine Säge. Wo ist meine Säge? Du weißt es... Was? Himmels-Steinblock? Ich glaube nur ein bisschen Himmels-Stein. Kann doch nicht so schwierig sein. Warte. Ich gucke. Himmels-Stein. So. H-I-M-M. Äh. Nein. Ich habe nur Himmels-Holzbrett und Himmels-Holzstock. Also. Oh. Und Himmels-Truhe. Also Himmels-Holz-Truhe. Tut mir leid. Oh. Tut mir leid. Ähm. Ich brauche noch eine Säge. Oh. Da will irgendwer was. Da gibt es jetzt gar nichts. Bin ich nicht. Weil ist nicht. So. Wieder vergessen das Telefon rauszuziehen. Okay. Ähm. Also. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Bin das einer. Waren das jetzt? Ach so. Säge wollte ich. Es. Das könnte ich noch so halbwegs ergreicht. Da haben wir sie doch. Säge? Ja. Säge. So. Dann hier. Nein. Ich tue mir die ganzen Schablonen wieder zurück. So. Hier. Da die Hälfte machen wir. So. Das sollte reichen. Dann. Mal komm mal hier. Mal hast du auch teilweise das Gefühl, dass Sachen raus verschwinden aus deinem EMC Tisch? Ähm. Aus meinem EMC Tisch? Ja. So Sachen, die du eingespeichert hast. Eigentlich nicht. Okay. Okay. Den Song können wir nicht lernen. Tschüss Mesters. Da können wir nichts von lernen. Außer das. Okay. Äh. Was? Auf der Suche noch eine Meteoriten. 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 Das geht da rauf. So. Machen wir das. Genau. Dann sieht das insgesamt ein bisschen besser aus. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Weil, äh. Was? Hm? Aha. Was denn? Ja, nein. Das wollte ich jetzt nicht so, wie ich das. Nein, es reicht natürlich nicht. Wie viel fehlt? Eins. Ein einziges. Ist nicht wahr. Ist jetzt echt nicht. Das kann nicht sein, ne? So ist es doch immer ein Mithos, oder? So. Ähm. Da unten. Da muss einer sein. Nein, 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 nein. Danke, Wild, fürs Nachladen. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Steinchen da. So, dann sollte das eigentlich schon reichen. Himmelsstein. Da neben C. Jo. Reicht. Ja. Ich habe einen Himmelsstein. Ich hatte noch einen. Wieso hatte ich noch einen? Äh, was? Was versuchst du gerade? Ich habe gerade einen Zaun umsonst gemacht. Aber okay. Oh mein Gott. Warum auch immer. Äh, woher der auch immer gerade... Ich habe... Wieso habe ich den nicht gesehen? Ähm, okay. Das, 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 das. Alles gut. Alles perfekt. Äh, hoffe ich zumindest. So, und dann muss ich da ein bisschen Beleuchtung drauf bringen. Ähm. Jetzt was... Close Zone oder so, oder? Äh, ich bin am überlegen. Ich weiß nicht, was ich als Leuchtmittel da jetzt nehme. Was so ein bisschen dazu passt. Gibt es hier schon diese Seelaternen? Äh, gut möglich. Ich weiß es jetzt nicht. 1,7? Ne. Ne, ich glaube da noch nicht. Ich glaube, die kamen 1,8 dazu, oder? Irre ich jetzt. Weiß es nicht mehr. Warte mal. Ich gucke mal. Ähm. See. La. Nein. Oh. Die hätten schön dazu gepasst. Gibt bestimmt farbige Blöcke. Oder sowas wie diese lateinischen Dinger da. Nein, 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 nein. Es geht nicht um farbige Blöcke. Es geht um Leuchtblöcke. Ja, meine ich ja. Ähm. Doch, Himmelsstein. Vielleicht gebe ich einfach mal Leucht ein. Leucht. Leuchte. Minecraft? So, äh. Minecraft? Leuchtplatte. Was? Minecraft? Minecraft antwortet hier nicht. Hä? Gerade nicht. Da gibt es irgendwo Kronleuchter. Na gut. Ähm. Ähm. Was brauche ich denn jetzt, was du mir gerade dann angezeigt hast? Also hier gibt es einiges mit Leuchten, ne? Äh. Kronleuchter, Leuchtfeuer, ne? Vielleicht auch ein Armleuchter. Keine Ahnung. So, also ich finde hier nichts, was ich irgendwie... Äh. Wenn ich wüsste, wie der Kronleuchter aussieht. Hier und den in der Mitte. Und ob es sich lohnt, den zu machen. Wieso funktionierst du denn jetzt nicht? Ich glaube nicht, dass das, äh, eine gute Idee wäre. Ach, weil ich euch erst brennen muss, ist es dein Ernst. So, äh, leuchtende Schlitze, was? Puh. Technischer Block, leuchtende Schlitze. Keine Ahnung. Tempelblock. Sind sie gebrannt. Darf ich jetzt? Tempelfliesen. Wenn du nur den blöden Controller gegen... Äh. Okay. Ja, ME-Controller, Mythos. Mythos ME-Controller. Wo kriege ich den her? Äh, craften. Nein, wo kriege ich generell so einen Tempelblock her? Keine Ahnung. Wenn der leuchtet, wäre er cool. Äh. Äh. Manulum. Ne, den, den können wir nicht gebrauchen. Nutzbar für Leuchtfeuerbasen. Ja gut, deshalb leuchtende. Ding. Äh, okay. Grüne Leuchte. Tja, der Controller funktioniert. Jetzt kann ich auch das Laufwerk herstellen. Weiße Leuchte. Da brauchen wir weiß, weißes Ilumar. Eisenbahn, ME-Kabel und die Dinger müsste ich eigentlich schon alles da haben. Das wird wieder zu kompliziert. So kompliziert wurde es nicht mehr. Komm, wir machen mal so eins. Ich probiere das jetzt mal. Äh, das heißt, ich brauche Gold war das. Gold. Gold? Ja. Gold. So, da haben wir Gold. Dann Speicher. Äh, 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 äh. Wobei erst. Gold, äh, was war das noch? Äh, Fackeln brauchen wir. Boah. Wer haut mich denn da? Niemand da auch vorsichtig. Das ist doch gemein. F-A-C-K. So, dann hier solche Fackeln. Also, wer macht denn sowas? So, das haben wir. Und was war das noch? Äh. Da war der Grundleuchter. Ach, Dias. Dias. Genau. Wie weit bist du? Ähm, nein, nicht da. Ach, Mann. Ist doch schon. So, da muss ich hingehen. Nein, bist immer noch nicht. Äh, 83%. Ja. So, gut. Gut. Dann probieren wir das. Ach was, da ist wieder so ein Viech gestorben. Warum auch immer. U-M-E-Konsole. So, das haben wir da rein. Das, äh, nee. Das wollte ich da reinhauen. So, dann machen wir hier. Äh, äh, Gronleuchter. Ah. Zack. Dann machen wir jetzt erstmal einen. Komm, sammel auf. Sehr gut. Dann machen wir erstmal einen, weil ich erstmal sehen will, wie sieht das aus, wenn das dann da dran ist. Das Kabel. Kann ich natürlich auch nicht einspeichern. Wieso auch? Warum auch nicht? Doch, das nehmen wir. Wie möchte ich denn für euch? Aber ich will mal was wissen. Kann man das auch irgendwie unten anbringen? Geht nicht. Nur an der Decke. Gut. Dann, dann machen wir noch ein paar. Ich denke, das geht in Ordnung. So. 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 Hier. So. Fertig. Eingespeichert. Haben wir gebaut. So, dann machen wir hier. Da hab ich einen hingemacht. Da hab ich einen hingemacht. Der kommt weg. So, dann. Mach mal. Da. Da ein hingemacht. Da hat das Ding schon hinein. Was fehlt uns da? Da ein hingemacht. Wieso verschwindet ihr immer hier? Jo. Machen wir. Da ein hingemacht. Da ein hingemacht. Jetzt. 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 Müsst ihr einen stecken. So. Den machen wir auch. Kann ich nichts gehen. So. Und? 98%. Gleiches. So. Das machen wir auch. Gleiches fertig. Machen wir auch. Fertig. Werde. Fertig. Eine schönere Beleuchtung hinzukriegen. Werde. Fertig. Bitte. Warte mal. Das ist auf jeden Fall symmetrisch. Fertig. Aber. 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 Wir machen. Ne. Ich mach da. Bist du schon fertig? Und. Ja. Er ist fertig. Mythos. Okay. Das ist asymmetrisch. Was? Er ist fertig. Er ist fertig. Der kleine Fluxkristall. So. Ja. Da kann ich ja nichts für. So. Jetzt warte erst mal. Hat der EMC? Ja. Oh ja. Dann bring ihn mir mal. Gar nicht. Nein. Nicht da. Warum nicht? Weil ich gerade am Craften bin. Mit was muss ich den jetzt drucken? Dann crafte mal schneller. So. Dann machen wir da noch einen hin. Wieso bist du jetzt kein Netherquartzkristall? Ich hab doch Fluxkristall eingesetzt. Und da. So. Das Ding leuchtet. Das Ding leuchtet. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Gut. Da will ich erst mal noch nicht wegmachen. Weil das wäre. Oder warte mal. Da tut es Quartzstaub und Sand. Nein. Da kann man keine Fackeln draufsetzen. Wie doof ist das? Was denn? Weil ich muss das hier ausleuchten. Sonst haben wir hier hinterher lauter Mobs. Da unten. Hier oben braucht es nicht. Ich hab den falschen gemacht. Den setzen wir um. Nehmen wir hier unten weg. So. Da muss ich erst mal gucken. Was? Ich hab den falschen gemacht. Slash. TP. Duffy. Halt. Warte mal. Erst mal. Erst mal will ich hier so. So schönes Bild. So screen mäßig. Ne. So. Ähm. Nein. Doch. Kann ich so lassen. Nein. Okay. Ähm. Slash. TP. Wofi. Hast du? Ach. Ich hab noch hier einen Punkt. Ich hab noch hier einen Punkt. Ähm. Okay. So. Abo. Was hast du hier? Ah. Ah. Warte mal. Das ist doch. Was denn? Hä? Was wird das alles hier? Wieso? Hä? Was genau treibst du hier? Machen wir Mähsystem. Druckloft. Kompressor. Plastikmixer. Hä? Was ist das schon lange da? Okay. Äh. 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 Und dieses Teil, was du da hattest, das wollte ich doch in meinen Dings einscannen. Moment. Ich bin noch gerade dabei. Äh. Hier. Okay. Sehr gut. Quarz, glas, brauche ich noch etwas, was ich lernen kann? Ja, ja. Äh. Ne, jetzt erst mal nicht. Gut. Dann machen wir das mal da rein. Das heißt, warte mal, das kann ich nicht. Du? So. Und, äh, darf ich, guck mal, guck mal, guck mal hier. Guck mal. Warte mal. Wo bist du? Heißt, guck mal, ich bin gerade beschäftigt. Ja, ist mal egal. Kannst du mal kurz gucken hier? Ich doch nicht. Doch, 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 doch. Wenn ich jetzt kurz gucken könnte. Ich muss schnell noch die Dinger hier anschließen. Ich bin doch gleich da. Hey, ich hab voll schön Kronleuchter hier. Komm mal her. Hier so. Das glaub ich dir. Mach ich hier so hin. So, so, so. Ach, das geht da gar nicht. Ich weiß, du hast einen am Kronleuchter. So, was? Äh, so. Warte, warte, hier. Hier, hier mach ich den hin. Hier so. Ja. So ein Kronleuchter. Da Kronleuchtet der. Gut, den kann ich da nicht lassen, weil, ähm, zu fett, da kommt man nicht mehr rein. Wo ist denn der jetzt hin? Hallo Kronleuchter? Hey, Kronleuchte mal. Ich find dich nicht. Echt jetzt? Mhm. Er hatten. So. Okay, Kronleuchte mal. So. Bist du jetzt da drinnen? Ja, bist du. Okay. Wie schnell bist du da drinnen? Oh, du bist ja richtig schnell. Dafür, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Was ist das denn hier? Nein. Was? Wo? Wie? Hä? Was ist das denn hier? Das hier. Das, das. Was ist das? Es hat Methus, äh, Yama gebaut bestimmt. Ich hab keinen, ich hab keinen Plan, wo du bist überhaupt. Energiezelle. Äh, äh, Kristallwachstumsbeschleuniger, was? Ja, Kristallwachstumsbeschleuniger. Und da ist ein Kristall drin, den du nicht aufsammeln darfst. Tu ich ja gar nicht. Ja, weil ich den jetzt geklaut hab, damit du den nicht aufsammelst. Ich steh doch hier oben drauf, da kann ich ihn gar nicht einsammeln. Du, du bist ein Nasenbär. So. Und wo kriegst du diese Kristalle her? Die crafte ich. Aha. Ist das das, was ich vorhin hatte? Ne. Äh, nö. So. Ne? Jetzt hast du den Kristall da auch rausgenommen. Die müssen fertig werden, Methus. Ich hab das doch noch nicht gelernt gehabt, weißt du? So. So. Meist den, der weiter ist, sind den mit den dreien. Wieso hab ich jetzt, äh, was? Hm? Hm. Feder, hatte ich schon gelernt, ne? Jo. Äh. So, hab ich hier noch irgendwas, was ich nicht mehr brauche? Könnte ich hier so, da, 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 da. So, die Kerne hau ich mir noch ein bisschen her. Hey, das hatte ich noch nicht gelernt? Wow. Dann schenke ich mir noch davon einen und davon einen. So. Kannst du auch lernen hier. Liegen da an der Ecke. Äh, warte. Und einer ist runtergefallen. Was? Gern geschehen. Wo denn? An der Ecke. Welche Ecke? Hier, wo Yin-Jau? Ach da. So, jetzt fertig. Ah, äh, das hatte ich schon gelernt, glaub ich. 50 Prozent. Nein, hast du nicht gelernt. Doch. Nein. Doch, weil es hat's nämlich nicht angezeigt, als gelernt. Und hier unten? So, jetzt warte mal. Der, der da unten liegt. Äh, was? Der, der da unten liegt. Wo unten? Den? Ich guck mal. Ja, den hatte ich noch nicht. Danke. Der Werkbank brauche ich da noch. So, nochmal ein Ei hier. Das sollte ich kein Problem sein. Können wir auch noch mal reinpacken. So, dann hab ich, äh, ach so, die Eier, die will ich auch noch wegmachen. Das können wir jetzt wegmachen, das können wir jetzt wegmachen. Dann haben wir so weit aufgeräumt. Das können wir ja eh nicht mehr, ne? Äh, vielleicht noch, äh, verbauen wir es noch hier. So, weil es so schön ist. So, zack. Ne? So, haben wir noch irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Gut, aber wir sind ja sowieso am Ende der Folge, deswegen mache ich hier eigentlich nur noch Blödsinn. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Oh, tschüss. Das ist bei 90%. Oh, tschüss.